Willkommen zu unserer Taro-Lesung für den Monat Februar. Wir enthüllen heute, welche Botschaften die Karten für diesen Monat bereithalten. Lasst uns gemeinsam in die Geheimnisse eintauchen, die uns leiten und inspirieren werden. Legen wir los! Heute werden wir sechs Karten legen. Jede dieser Karten steht für eine Frage, die durch die Karte beantwortet wird. Die erste Karte steht für die Frage, wie du dich diesen Monat fühlen wirst. Die zweite Karte wird dir sagen, was du diesen Monat am meisten wollen wirst. Die dritte Karte beantwortet die Frage nach deinen größten Ängsten diesen Monat. Die vierte Karte sagt dir, was gut für dich laufen wird, bzw. was für dich spricht. Die fünfte wird dir sagen, was diesen Monat nicht so gut läuft. Die sechste und damit letzte Karte wird dir den wahrscheinlichen Ausgang in diesem Monat verraten. Fangen wir an. Wenn die Karte Stärke in einer Taro-Deutung auftaucht, die sich auf deine Gefühle bezieht, bedeutet das, dass du fest an deine eigene innere Widerstandsfähigkeit und Stärke glaubst. Die Karte Stärke verkörpert Mut, Geduld, Kontrolle und die subtile Kraft, die aus dem Verständnis und der Beherrschung deiner Gefühle entsteht. Sie deutet darauf hin, dass du deine Fähigkeit erkennst, den Widrigkeiten des Lebens mit Anmut und innerer Zuversicht zu begegnen und aus einer Quelle innerer Stärke zu schöpfen, die dich befähigt, Hindernisse zu überwinden. Bei diesem Gefühl der inneren Stärke geht es nicht um rohe Gewalt, sondern um den Mut, dich deinen Herausforderungen zu stellen und die Weisheit, sie mit Mitgefühl und Gelassenheit zu bewältigen. Du fühlst dich stark und fähig und bist dir bewusst, dass die wahre Stärke in deiner Fähigkeit liegt, ruhig und standhaft zu bleiben, selbst angesichts von Schwierigkeiten, die dir unüberwindbar erscheinen mögen. Das Vorhandensein der Karte Stärke in diesem Zusammenhang zeigt an, dass du dich in einem Heilungs- oder Genesungsprozess befindest, sei es nach einer körperlichen Krankheit, nach emotionalem Liebeskummer aufgrund einer gescheiterten Beziehung oder Ehe oder nach beruflichen Herausforderungen. Du vertraust auf deine Widerstandskraft und deine Fähigkeit, diese Prüfungen nicht nur zu überstehen, sondern gestärkt und selbstbewusst daraus hervorzugehen. Außerdem deutet Stärke auf die Bereitschaft und Entschlossenheit hin, schädliche Gewohnheiten oder Verhaltensweisen loszulassen. Dies könnte ein Wendepunkt sein, an dem du dich motiviert und stark genug fühlst, Muster loszulassen, die nicht mehr deinem höchsten Wohl dienen, wie ZB mit dem Rauchen aufzuhören oder den Alkoholkonsum zu reduzieren. Die Karte zeigt an, dass dies eine günstige Zeit für solche Veränderungen ist, da du von einer Welle innerer Kraft und Selbstdisziplin unterstützt wirst. Wenn die Mäßigkeit in einer Tarodeutung auftaucht und es darum geht, was du dir im Moment am meisten wünschst, bedeutet das eine tiefe Sehnsucht nach Gleichgewicht, Frieden und Stabilität in deinem Leben. Diese Karte verkörpert die Essenz der Mäßigung, der Heilung und der harmonischen Verschmelzung von Gegensätzen. Das deutet darauf hin, dass es bei deinen aktuellen Wünschen darum geht, einen Mittelweg in Bereichen deines Lebens zu finden, die sich chaotisch oder unausgewogen angefühlt haben könnten. Du möchtest das Gleichgewicht wiederherstellen, vor allem wenn du turbulente Zeiten in deinen Beziehungen durchlebst, mit finanziellem Stress konfrontiert bist oder mit persönlichen Verlusten oder Umwälzungen zu kämpfen hast. Das Vorhandensein von Mäßigung deutet auf den Wunsch nach einem gleichmäßigeren Fluss der Lebensereignisse hin, in dem die Extreme gemildert und Konflikte durch Kompromisse und Verständnis gelöst werden können. Vielleicht suchst du nach Wegen, um Differenzen auszugleichen, sei es in dir selbst, in deinen persönlichen Beziehungen oder in anderen Bereichen deines Lebens, um eine harmonischere und ganzheitlichere Erfahrung zu machen. Diese Karte deutet auch darauf hin, dass du nach einem Gefühl der Kontrolle über deine Umstände suchst, und zwar nicht mit Gewalt, sondern mit einem ausgewogenen und maßvollen Ansatz. Die Mäßigung ermutigt dazu, verschiedene Elemente so zu integrieren, dass sie deinem höchsten Wohl dienen. Das bedeutet, dass du deine aktuellen Herausforderungen mit Weisheit, Geduld und einer klaren Richtung meistern willst. Der Ratschlag von Temperans, ruhig und geduldig zu sein, ist der Schlüssel zu dem, was du im Moment am meisten willst. Sie erinnert dich daran, dass Frieden und Harmonie oft durch ein ruhiges, bedächtiges Vorgehen wiederhergestellt werden können, anstatt durch überstürzte Handlungen oder voreilige Entscheidungen. Diese Karte versichert dir, dass eine Zeit der Ruhe und Normalität zurückkehren wird, und fordert dich auf, deine Gelassenheit zu bewahren und auf den natürlichen Fluss und das Timing des Lebens zu vertrauen. Nun geht es gleich weiter mit deiner Tarot-Lesung. Doch bevor wir dazu kommen, noch eine wichtige Nachricht. Wenn du dich von den ermutigenden Botschaften, die wir in unseren täglichen Horoskopen vermitteln, angesprochen fühlst, laden wir dich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wenn du unseren Kanal abonnierst, verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf deinem Weg zur Größe inspirieren können. Und vergiss nicht, einen Daumen hoch zu drücken, um deine Wertschätzung für die positive Energie zu zeigen, die wir in dein Leben bringen wollen. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern hilft auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Außerdem freuen wir uns, von dir zu hören, also hinterlasse einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Lasst uns gemeinsam diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen und die Welt mit Positivität und Liebe erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Wenn die Todeskarte in einer Tarot-Deutung auftaucht, die sich mit deinen Ängsten befasst, spricht sie eine tiefe Besorgnis über die Natur des Wandels an, vor allem über die Art von Veränderung, die bedeutsam, unvermeidlich und transformativ ist. Die Todeskarte wird oft missverstanden, sie bedeutet selten den physischen Tod, sondern symbolisiert das Ende einer Phase, eines Glaubens oder einer Lebensweise und den Beginn von etwas Neuem. Deine Angst konzentriert sich daher auf den Prozess des Endes und des Neubeginns, der turbulent und voller Unsicherheiten sein kann. Der Gedanke an turbulente und katastrophale Veränderungen, der mit der Todeskarte verbunden ist, unterstreicht die Angst vor Umwälzungen, die dein bisheriges Gefühl von Stabilität und Sicherheit zerstören. Solche Veränderungen können zutiefst beunruhigend sein, denn sie zwingen uns oft aus unserer Komfortzone heraus und in unbekanntes Terrain. Diese Karte deutet darauf hin, dass du vielleicht gerade vor bedeutenden Veränderungen in deinem Leben stehst, wie z.B. dem Verlust deines Arbeitsplatzes, einem Trauerfall, einer Scheidung oder dem Ende einer bedeutenden Beziehung, oder dass du dich vor diesen Veränderungen fürchtest. Bei diesen Ereignissen handelt es sich nicht nur um Veränderungen, sondern um tiefgreifende Verluste, die eine Phase der Trauer und Anpassung erfordern. Die Todeskarte enthält aber auch eine Botschaft der Hoffnung und Regeneration. Sie deutet an, dass diese Beendigungen zwar eine Herausforderung darstellen, aber auch notwendig sind, um zu wachsen und sich zu erneuern. Der Raum, der durch den Abschluss eines Kapitels in deinem Leben entsteht, lässt neue Erfahrungen, Möglichkeiten und Perspektiven zu. Diese Karte ermutigt dich, diese Übergänge nicht nur als Verluste zu betrachten, sondern als wesentliche Bestandteile deiner Lebensentwicklung. Die Angst vor Veränderung und Wandel ist eine natürliche menschliche Reaktion, vor allem dann, wenn uns diese Veränderungen aufgezwungen werden, anstatt sie selbst zu wählen. Die Todeskarte lädt dich jedoch dazu ein, über den unmittelbaren Schmerz oder die Unterbrechung des Endes hinaus auf das Potenzial für Wiedergeburt und Erneuerung zu schauen, das vor dir liegt. Sie erinnert dich daran, dass jedes Ende auch ein Anfang ist und dass das tiefgreifendste Wachstum oft aus unseren größten Herausforderungen entsteht. Wenn die Hohepriesterin in einer Tarodeutung zu deinen Gunsten erscheint, bedeutet das, dass deine Intuition und deine innere Weisheit derzeit deine größten Verbündeten sind. Die Hohepriesterin verkörpert die Geheimnisse des Unterbewusstseins, die Tiefen der Intuition und die Kraft des inneren Wissens. Ihre Anwesenheit in diesem Zusammenhang deutet darauf hin, dass du dich in einer Phase befindest, in der deine intuitiven Fähigkeiten verstärkt sind und dir tiefe Einsichten und Führung von innen bieten. Die Metapher, alle Leitungen sind offen in deinem Telefongespräch mit deiner Intuition, veranschaulicht wunderbar, dass du dich in einem Zustand klarer und offener Kommunikation mit deinem Inneren Selbst befindest. Das bedeutet, dass dein Unterbewusstsein dich aktiv mit wertvollen Informationen, Gefühlen und Empfindungen versorgt, die dir bei deinen Entscheidungen und Handlungen helfen können. Dieses erhöhte intuitive Bewusstsein ist ein großer Vorteil, der es dir ermöglicht, mit mehr Verständnis und Weitsicht durch das Leben zu gehen. Die Hohepriesterin ermutigt dich, diese Verbindung anzunehmen und aufmerksam auf deine innere Stimme zu hören. In Momenten des stillen Nachdenkens, der Meditation oder der Kontemplation wirst du vielleicht feststellen, dass dir Problemlösungen, kreative Ideen oder entscheidende Erkenntnisse mühelos einfallen. Diese innere Führung kann besonders kraftvoll sein, wenn es darum geht, Wahrheiten und Geheimnisse zu enthüllen, nach denen du gesucht hast, und dir Klarheit über Themen zu verschaffen, die vielleicht verwirrend oder unverständlich waren. Außerdem deutet die Anwesenheit der Hohepriesterin darauf hin, dass in deiner aktuellen Situation vielleicht verborgene Faktoren oder eine zugrunde liegende Dynamik im Spiel sind. Wenn du dich auf deine Intuition einlässt, kannst du dir dieser Feinheiten bewusst werden und dich so besser durch komplexe Umstände navigieren. Diese Karte gibt dir die Gewissheit, dass du im Vertrauen auf deine innere Weisheit das Wissen entdecken kannst, das du brauchst, um im Einklang mit deinem höchsten Gut voranzukommen. Wenn der Stern in einer Tarodeutung auftaucht, die sich mit dem befasst, was gegen dich läuft, weist er auf eine Phase des inneren Aufruhrs hin, die von Spannungen, Frustrationen und einem erheblichen Mangel an Optimismus geprägt ist. Die Sternkarte symbolisiert normalerweise Hoffnung, Inspiration und das Licht nach einer Zeit der Dunkelheit. In diesem Zusammenhang sieht es jedoch so aus, als ob die Qualitäten, die der Stern normalerweise verkörpert, derzeit von deinen eigenen Zweifeln und negativen Aussichten verdunkelt werden. Das Vorhandensein des Sterns in dieser Position deutet darauf hin, dass dein innerer Zustand, gekennzeichnet durch Pessimismus und die Angst, dass sich deine Ziele und Wünsche nicht erfüllen könnten, ein wichtiger Faktor ist, der zu deinen Herausforderungen beiträgt. Diese Einstellung kann zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung führen, bei der dein mangelnder Glaube an positive Ergebnisse ungewollt zu Erfahrungen führt, die diese Negativität verstärken und so dein Glück oder die Art und Weise, wie sich Chancen in deinem Leben entfalten, beeinflussen. Der Satz, wenn du Pech hast, liegt das in erster Linie an deinen Selbstzweifeln und deiner Negativität, deutet darauf hin, dass die Macht deiner Gedanken und Einstellungen deine äußeren Umstände stärker beeinflussen kann, als dir bewusst ist. Diese innere Barriere kann genauso hinderlich sein wie äußere Herausforderungen, denn sie prägt deine Wahrnehmung, deine Entscheidungen und deine Reaktionen auf die Welt um dich herum. Doch selbst in dieser Position trägt der Stern eine Unterströmung der Hoffnung und das Potenzial zur Erneuerung in sich. Er ermutigt dich, deinen Glauben wiederzubeleben und an der Überzeugung festzuhalten, dass sich die Umstände verbessern können und werden. Die Karte fordert dich auf, deinen Fokus von dem, was fehlt oder was schiefgehen könnte, auf das zu richten, was möglich ist, und auf die Chancen, die vor dir liegen. Dieser Perspektivwechsel kann transformierend wirken und Wege zur Heilung, zum Wachstum und zur Verwirklichung deiner tiefsten Wünsche eröffnen. Wenn die Karte Gericht in einer Tarodeutung auftaucht, bedeutet dies einen entscheidenden Moment des Erwachens, der Selbsteinschätzung und den Höhepunkt einer bedeutenden Phase in deinem Leben. Das Gericht verkörpert das Konzept der Auferstehung und der Wiedergeburt und zeigt an, dass du an der Schwelle zu einer tiefgreifenden Veränderung stehst, die dir neue Möglichkeiten und einen Neuanfang eröffnen wird. Das Erscheinen des Gerichts deutet darauf hin, dass du dich in einer Phase der Reflexion befindest, in der du aufgefordert bist, eine Bilanz deiner vergangenen Handlungen, Entscheidungen und Erfahrungen zu ziehen. Dieser Prozess der Selbstbeobachtung ist sehr wichtig, denn er ermöglicht es dir zu beurteilen, welche Aspekte deines Lebens abgeschlossen oder gelöst werden müssen, damit du unbelastet von der Vergangenheit vorankommen kannst. Es ist an der Zeit, dich mit dir selbst und anderen zu versöhnen, bedauern oder grolllos zu lassen und die Lehren aus deinen Erfahrungen zu ziehen. Die Karte kündigt das Ende einer Ära oder Phase an und zeigt an, dass du bereit bist, alles hinter dir zu lassen, was nicht mehr deinem Höchsten wohl dient. Dieser Übergang ist nicht nur ein Ende, sondern eine Vorbereitung auf ein neues Kapitel, das Wachstum und Erneuerung verspricht. Die Karte Gericht versichert dir, dass sich eine Tür schließt und eine andere öffnet, die ganz neue Möglichkeiten mit sich bringt, die das Potenzial haben, deinen Weg entscheidend zum Besseren zu verändern. Eine Gelegenheit, die nicht ignoriert werden darf, könnte sich schon bald bieten und sich durch ihre weitreichenden Auswirkungen auszeichnen. Das kann in jedem Bereich deines Lebens sein, privat, beruflich oder spirituell, und sie erfordert deine Aufmerksamkeit und dein Handeln. Die Entscheidung, diese Chance zu ergreifen, ist von entscheidender Bedeutung, denn sie hat die Macht, dein Leben auf sinnvolle und dauerhafte Weise zu verändern. Außerdem deutet das Gericht darauf hin, dass deine bisherigen Bemühungen und die Herausforderungen, denen du dich gestellt hast, nicht unerkannt bleiben werden. Du wirst feststellen, dass die Erfolge und Errungenschaften, die du genießt, ein direktes Ergebnis deiner Ausdauer, deiner harten Arbeit und der Weisheit sind, die du aus deinen Erfahrungen gewonnen hast. Die Ereignisse werden sich wahrscheinlich beschleunigen und zu Ergebnissen führen, die sich schneller manifestieren, als du vielleicht erwartest, und dich auf deinem neuen Weg mit Schwung und Klarheit voranbringen. Vielen Dank.